Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Wir haben heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar gibt es heute ein Handtuch zu gewinnen. Also insgesamt gibt es drei Stück zu gewinnen, pro Person ein Handtuch. Und diese Handtücher, Babyhandtücher, sind von Wurzelzwerge. Wir haben ein hellblaues Handtuch gewählt mit der Aufschrift Johann natürlich. Und sind überglücklich, dass wir euch jetzt auch drei dieser Handtücher verlosen können. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, ist es eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur drei Sachen erledigen. Teilen, liken und kommentieren. In die Kommentare schreibt ihr den Namen eures Kindes und welche Farbe ihr haben wollt. In diesem Fall wäre es blau oder rosa. Ja, um euch die Handtücher nochmal ganz genau anzusehen oder um nochmal zu gucken, was es noch so viele für schöne Sachen bei Wurzelzwerge gibt, geht ihr einfach auf www.wurzel-zwerge.de. Dort findet ihr ganz, ganz viele süße Sachen. Die Verlosung endet am 28.09.2014. Das ist ein Sonntag. Und bis dahin, also bis 0 Uhr machen wir wieder. Ja, wieder 0 Uhr. Und bis dahin könnt ihr teilnehmen. Danach brauchen wir so ein, zwei, drei Tage, bis wir den Gewinner ausgewählt haben. Und dann sagen wir euch über ein neues Video Bescheid. Ja, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, eine tolle neue Woche. Und alles Gute, bis bald, tschüss. Euch hat das Video gefallen? Dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr unseren Kanal abonniert, uns einen Kommentar hinterlasst, oder das Video einfach bewertet.